TV-Straßensound Verpennt haben wir diesen Hype auf jeden Fall nicht, oder? Der Hype wurde uns weggenommen. Hier sind wir für die deutschen Ausländer und drüben sind wir für die Türken Deutsche. Almanji, oder? Almanji. Kapital ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter. Der hat mir einmal einen sehr großen Gefallen getan, das werde ich niemals vergessen, den Leuten mein Talent zu zeigen. Also, dass ein Eco-Fresh sieht, wow, der Junge hat's, wow. Von der Wassermarke, von Hayat. Die haben es nicht zugelassen, Bruder, dass wir den Namen patentieren. Hast du ein musikalisches Vorbild, als du angefangen hast? Ja, Bruder, weißt du wen? Mein Vater, Bruder. Er hat auch Musik gemacht? Mein Vater ist Musiklehrer. Matondo ist für mich der wertvollste Mensch. Alpera habe ich seit Jahren schon sehr, sehr eng. Ist ein älterer Bruder von mir. Und er hat mir auch sehr, sehr viel geholfen in meiner Karriere. Bist du in der Türkei bekannter geworden durch die neuen Songs? Safe. Hören die Leute die Mucke? 100 Prozent. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV-Straßensound. Heute aus Berlin. Wir sind in Tempelhof. In Berlin-Tempelhof. Mit Hayat. Wie geht's, Bruder? Das ist mir eine Ehre. Corona-Faus. Ist mir eine Ehre, dass du hier bist. Danke, dass ihr gekommen seid, Bruder. Gerne. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Sehr gut angekommen. Gerade ein Interview mit Savas gemacht. Jetzt mit dir. Habe ich mich auch sehr darauf gefreut. Auf jeden Fall. Das ist mir eine Ehre, Bruder. Gestern Abend noch mal ein altes Interview von uns angucken. Das ist mittlerweile sechs, sieben Jahre her. Das haben wir 2014 gedreht. Überleg mal. Wir haben es 2021. Wir werden alt, Alter. Das war unser erstes Interview, Bruder. Von mir und Matondo damals, was wir gegeben haben. Aber da kommen auch alte Erinnerungen auf, Bruder, wenn man sich das Interview anguckt. Natürlich. Ich glaube, wir haben dann noch mal ein kurzes Ding bei dieser 1. Mai-Sache gemacht. In Kreuzberg. Genau, genau. Das hast du auch in einem Musikvideo für dich verwendet. Stimmt. Dann war auch bei mir im Moment, Alter, das helft dir lange her. Und guck mal, du weißt, das ist nicht anmaßend. Und ich will auch nicht beleidigt sein, aber guck mal, du hast ein Kind. Du warst 13 Jahre alt. Safe, Bruder. Überleg mal. Ich war klein, Bruder. Die Leute heute zum Beispiel, wenn die mich sehen, die erkennen mich gar nicht mehr. Oder ob es wirklich dieser Heart ist von damals, weißt du. Ja. Aber es ist normal, Bruder. Man bleibt nicht immer jung, nicht immer klein, weißt du. Man wird älter, größer, dicker, schmaler, was auch immer, weißt du. Klar. Genau. Ja, Mann. Du hast im Kindesalter einen Hype generiert. Safe. Das war so ungefähr, ja, 2013. Da ging es so zum ersten Mal durch die Schlagzeilen von Wink. Der jüngste Rapper und der schnellste Rapper, etc. Wie gehst du eigentlich mit diesem Erbe um? Und im Nachhinein, wenn du darauf blickst, so, wie fühlt es dir an? Bruder, das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Geschichte, Bruder. Und wenn ich heute an die Zeit damals zurück, also an die Zeit damals zurückdenke, Bruder, ist das schon was Krasses. Es ist wirklich was Krasses. Es ist auch ehrlich gesagt mein Stolz. Ja. So, ich kann heute hier, wo ich sitze, sagen, ich habe damals alles gerissen, Bruder. Weißt du, mit meinen jungen Jahren habe ich alles gerissen. Aber das Traurige war halt, dass dann ein paar Sachen dazwischen kamen und der Hype somit verschwunden ist, Bruder. Genau. Da hast du auf jeden Fall auch entschuldigt, weil du 13 Jahre alt warst. In dem Alter hat man ganz andere Sachen im Kopf. Und wie schaust du dir das rückblickend an? So mit 13 Hype generiert über Rap-Update, Straßensound und da gab es auch ein paar andere Sachen. Ich glaube, Echo Fresh hatte ich sogar oder wollte dich sein. Genau. Und so, das sind keine kleinen Namen. So rückblickend, wie fandst du die Phase? Krass. Wirklich krass. Also die Phase hat sehr vieles in meinem Leben verändert, Bruder. Sehr, sehr vieles. So. Und das war auch, also zum Beispiel damals, wo ich angefangen habe mit Musik, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt so weit kommen kann. Dass also zum Beispiel von heute auf morgen ein überkrasse Hype auf dich zukommen kann. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Normal, Bruder, ich war jung. Weißt du, ich habe an meine Mathe-Hausaufgaben gedacht. Ja. So. An den Hype habe ich gar nicht gedacht. Und dann kam es von heute auf morgen, Bruder. Ähm, ja. Es war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Was war es für eine Zeit für dich damals, als du jetzt zurückdenkend 13 warst und diesen Hype generiert hast? Äh, Bruder. Was war so die krasseste Erinnerung daran? Die krasseste Erinnerung? Oder alles einfach. Alles einfach. Der ganze, komplette Hype auf dich ist einfach eine krasse Erinnerung, Bruder. Auch wie das alles zustande kam und wie es dann auch geendet hat, Bruder. Das ist, das ist, also das Gesamtpaket ist krass, Bruder. Das Gesamtpaket. Wie hat das eigentlich damals geendet? So haben deine Eltern irgendwann gesagt, ey, junger Mann, konzentriere dich auf die Schule. Du bist 13 Jahre alt. So von wegen, ey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Mach erstmal dein Leben. Bekomm das erstmal in den Griff. Wie war es? Bruder, ich sag dir ehrlich, also es hat nicht gezweifelt an meinen Eltern, sondern es hat eher gezweifelt daran, dass ich so jung war. So, es hat daran gezweifelt. Die Sache war, ich ging ja dann noch zur Schule, wo der ganze Hype auf mich zukam. Wie war es in der Schule? Wie sind deine Mitschülerlehrer damit umgegangen? Keiner ist damit klargekommen, Bruder. Keiner. Wirklich keiner. Weder meine Mitschüler, weder meine Lehrer kamen damit damit klar. Weil, du musst dir so vorstellen, Bruder, du gehst in die Schule und in der Hofpause zum Beispiel kommen Leute aus den anderen Oberschulen in deine Schule, nur um dich zu sehen. Weißt du? Also das heißt, du gehst auf die Hofpause und siehst, da sind, keine Ahnung, 600, 700 Menschen. So, und da kommen von überall und die ganzen Leute kommen sozusagen nur für mich. So, und das hat die Lehrer halt gereizt damals. Weil so ist auch viel Streit entstanden zwischen den Mitschülern und das alles. Und deswegen war das Thema Schule damals mit dem Hype sehr, sehr knapp, Bruder. Die sind nicht miteinander klargekommen, der Hype und die Schule, weißt du? Hast du viel Hate in jungen Jahren erfahren müssen? Safe. Wie bist du damit umgegangen? Oder sehr bodenständig, zum Glück. Also ich habe das immer auf mich abkriegen lassen. Ich habe das nie so richtig ernst genommen. Weil ich habe ja ehrlich gesagt mehr Support bekommen als Hate, weißt du? Und mir wurde halt klar und mir wurde auch beigebracht von meinem Bruder Matondo, dass bei jedem Kunst, was du machst, egal in welcher Hinsicht, gibt es immer Hate, Bruder. Und die wichtige, also die Stärke in dir ist, damit umzugehen. Und das habe ich mit jungen Jahren gelernt, Bruder. Ich habe ja gerade schon einen großen Namen angesprochen. Und der Echo Fresh wollte dich damals sign in sein Label rein. Genau. Warum hat das damals nicht stattgefunden und wie seid ihr in Kontakt getreten? Besteht da heutzutage noch eine Verbindung? Also das mit Echo Fresh war damals so, dass ich ja erstmal bei seinem Contest mitgemacht habe, bei Wie kauft man eine CD damals. Exodus glaube ich. Sein Album Exodus kam damals raus. Und mein Ziel war es, nicht zu gewinnen, Bruder. Mein Ziel war es, den Leuten mein Talent zu zeigen. Also dass ein Echo Fresh sieht, wow, der Junge hat es drauf, der ist noch so jung und so. Und das hat auch geklappt, Bruder. Das hat auch irgendwie geklappt. Die Story ist sehr witzig, Bruder. Die muss ich erzählen. Hau raus. Das war zu meiner Oberschulzeit. Ich glaube, das war noch in der siebten Klasse. Da war ich 13 Jahre alt. Das Video ist rausgekommen. Wie kauft man eine CD-Contest? Da habe ich ja mitgemacht. Und zu dieser Zeit, Bruder, wurde ich suspendiert bei der Schule. Das heißt, ich war zu Hause eine Woche und habe so einen Stapel Hausaufgaben bekommen. Dass ich die zu Hause mache und Ende der Woche in der Schule abgebe. Bruder, sitze ich zu Hause in meinem Zimmer und Matondo war neben mir. Der hat mir geholfen bei den ganzen Hausaufgaben. Ich kam nicht klar, Bruder, war zu viel. Irgendwann klingelt mein Handy so. Ich gehe ran, irgendeine unbekannte Nummer kenne ich nicht. Ja, hallo, spreche ich da mit Hayat? Ja, wer ist da? Ja, hier ist der Osama, der Manager von EcoFresh German Dream. Gehört ja diesem Osama. Ich bin erstmal in Schock. Okay. Ja, dein Video hat uns sehr gefallen, dies und das. Wir würden uns gerne mit dir treffen und würden Näheres mit dir besprechen. Okay, um was geht es denn? Ja, wir hätten Interesse an einem Vertrag mit dir. Also an einem Signing so. Bruder, ich bin direkt in mein Zimmer gerannt. Ich meinte, Papa, guck mal hier, der, der, der. Papa hat mit ihm geredet. Lange Rede, kurzer Sinn, Bruder, haben wir uns dann getroffen. Sind die gekommen nach Berlin. Haben uns hingesetzt, haben ein bisschen geredet. Verträge haben wir uns angeguckt. Irgendwann hat es nicht geklappt, Bruder, weil ich war zu der Zeit 13. Und die haben hundertprozentige Vollmacht von meinem Vater angefordert für mich. Weil ich kann ja den Vertrag nicht unterschreiben so. Und der zweite Haken war, der Vertrag war unbefristet, Bruder. Der Vertrag war unbefristet. Und das war der Punkt, wo mein Vater gesagt hat, nein, mache ich nicht. Zu der Zeit habe ich es nicht verstanden. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, Bruder, hat mein Vater alles richtig gemacht. Weil ein unbefristeter Vertrag plus hundertprozentig Vollmacht auf den Sohn, der noch zur Schule geht und noch ein Kind ist, würde ich ehrlich gesagt auch nicht für meinen Sohn machen, Bruder. Dann hat er alles richtig gemacht. Und so ist es halt im Brüche gegangen, Bruder. Wann hast du eigentlich mit dem Rappen angefangen? Wie alt warst du da, wenn du mit 13 schon sozusagen durchgestartet bist? Oder war dieser Contest der erste Berührungspunkt für Hip-Hop Musik? Bruder, ich sage dir ehrlich, ich habe angefangen mit 9. Mit 9 habe ich angefangen Texte zu schreiben mit Matondo. Und mein erstes Release war mit 11. Okay. Und dann kam mit 12 mein nächstes und das ging auch schon steil ein bisschen. Und mit 13 kam halt der Durchbruch mit Ako Fresh damals. Genau. Wie würdest du heutzutage an diese ganze Sache rangehen? Beziehungsweise, was für einen Tipp gibst du jungen Rappern, die im Kindesalter bekannt werden? Es gibt ja auch zur Zeit 3-4 Leute, wo man sagen könnte, ey, du bist sehr sehr jung mein Freund. Ja. So. Und du hast gerade einen Hype. Was für einen Tipp gibst du denn? Bruder, was gebe ich denen für einen Tipp? Die sollen einfach bodenständig bleiben. Die sollen ihre Arbeit machen. Die sollen, das Wichtigste ist, die sollen nicht ans Geld denken. Bruder. Weißt du? Wenn man von Anfang an ans Geld denkt, Bruder, dann kann es nur schief gehen. Du weißt, Bruder, wie dieses Business ist. Deswegen gebe ich den Leuten einen Tipp, also die Jüngeren von mir. Denkt nicht ans Geld. Macht eure Eltern stolz. Macht schöne Musik. Ja, weil wir haben ja damals auch, schön machen wir immer noch. Aber damals haben wir zum Beispiel über Kriege gerappt, über unsere Mütter gerappt, Väter gerappt. So, weißt du? Macht lieber sowas. Weil ich sehe, Bruder, heutzutage, zwölf, dreizehnjährige Bruder rappen über Kokain, Drogen. Wozu, Bruder? Wozu? Ja. Weißt du, was ich meine dort? Wozu, Bruder? Und wer noch damit erfolgreich? Wozu, Bruder? Ja. Deswegen, macht saubere Musik an meinen Jüngeren. Denkt nicht ans Geld. Und Gott wird immer an eurer Seite sein. Inschallah. Inschallah. Du hast auf jeden Fall gerade zwei, drei Mal schon deinen Kollegen Matondo erwähnt. Ich habe dich vorhin gefragt, ey, ihr beiden seid noch gut miteinander. Und letztens auch Musik hier hochgeladen. Und dann meinte ich, daran kann man auch ein Stück weit den Charakter eines Menschen so abschätzen, wenn er eine Freund schafft. Weil vor sechs, sieben Jahren haben wir das Interview geführt. Wenn man bis heute noch gut miteinander ist, gerade im jungen Alter. In was für einer Verbindung stehst du zu Matondo und was ist er für dich? Ich sage dir ehrlich, unsere Verbindung ist genau wie am ersten Tag, wie wir uns genannt haben. Also es hat sich gar nichts verändert. Und Matondo ist für mich der wertvollste Mensch. Ja. Der wertvollste Mensch, der wertvollste Bruder, den es gibt in meinem Leben, Bruder. Weil dieser Junge hat mich geformt. Oder dieser Junge hat das aus mir gemacht, was ich heute bin. Weißt du, der hat mich damals... Bruder, ich war ein Schulstörer. Ich bin von Schule zu Schule geflogen. Und der hat mich aus diesem Elend rausgeholt. Weißt du, der hat mir gesagt, komm, du kannst Texte schreiben, wir können rappen. Es gibt so eine Möglichkeit, so eine Möglichkeit. Und ist seit Jahren an meiner Seite, Bruder. Deswegen ist er für mich an erster Stelle. Was macht der junge Herr zur Zeit, der Matondo, ich hab gesehen, dass er dich viel engagiert für gute Projekte? Safe, safe, safe. Musik macht er natürlich auch. Musik macht er auch. Musik macht er auch. Musik macht er auch sehr, sehr krasse Songs am Start. Die Sache ist bei ihm, dass er... Sein Traum war es ja von Anfang an immer, was für die Jugendliche zu tun von Matondo. Und das hat er auch straight durchgezogen, Bruder. Und hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf hier. Ich hoffe, Bruder, du nimmst es mir nicht übel. Aber der wird jetzt seine eigene Firma gründen, Bruder. Schön. Die Firma nennt sich Alles für die Jugend. Oder ist ja was Positives. Safe, safe, safe. Warum sollte man es nicht erwähnen? Safe, safe. Alles für die Jugend, Bruder. Und unser nächster Step ist hoffentlich ein Jugendclub in Tempelhof. Hammer. Genau. Und das hat er durchgezogen und deswegen hat er meinen kompletten Respekt, Bruder. Freut mich sehr. Und das nächste Matondo-Interview machen wir dann in diesem Jugendclub drin. Safe, Bruder. Matondo, du hast gehört, Daud gibt sein Wort, Bruder. Safe. Wie vorhin schon gesagt, 2014 haben wir das letzte Interview gemacht. Das ist mittlerweile sechs, sieben Jahre her. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Was habe ich in dieser Zeit gemacht, Daud? In dieser Zeit ist sehr viel passiert, Daud. Mhm. Ich glaube, wo wir unser Interview gedreht haben damals, hatte ich dir auch im Interview gesagt, dass wir den Vertrag bei Ecofresh nicht unterschrieben haben. Korrekt? Danach, Bruder, haben wir ein Jahr später bei Major Moves unterschrieben. Mhm. Aber dazu komme ich glaube ich später. Fang ruhig an. Ja. Also das ist das Label von Ganji, glaube ich. Von DJ Ganji. Da sind ja auch sehr viele Leute gesigned damals. Wer war das? Oder viele. Bushido und sowas in Kombinationen. Bushido war da. Shindi war da. Kurdo war da. Zilla war da. Zilla war da. Mosh war da. P.A war da. Sehr viele, ja? Genau, sehr viele. Und zu dieser Zeit war ja halt der Überhype auf uns und uns wurden drei Angebote vorgeschlagen. Mhm. Da waren die krassesten Rapper. Da haben wir uns für Major Moves entschieden. Mhm. Okay, dieses Jahr voll am Start. Also deswegen sozusagen die lange Pause beziehungsweise Abstinenz von der Musik. irgendwie in den letzten Jahren kam ja wirklich nicht viel raus von dir. Dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr hast du erst wieder angegriffen. Bruder, ich kann dir so sagen, ich weiß nicht, ob man das Pause nennen kann, weil im Hintergrund haben wir immer gearbeitet. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, wir haben in diesen drei Jahren vier Alben geschrieben, dann wär das nicht gelogen, Bruder. Wir haben vier komplette Alben fertig. Die Sache ist halt, Bruder, unser Stift wurde uns weggenommen. Mhm. Weißt du, Bruder, unser Stift wurde uns weggenommen. Uns wurde viel versprochen, aber gar nichts von den Sachen wurde eingehalten, Bruder. Was wurde zum Beispiel alles versprochen? Bruder, uns wurde versprochen. Apropos, das wollte ich dich fragen, wenn wir jetzt schon Angesicht zu Angesicht sind, Bruder. Damals zu der Zeit, wo ich bei Major Moves unter Vertrag war, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich ein Album released habe? 2016 oder 2015? Aus Spaß wurde ernst, nennt sich das Album. Das habe ich mitbekommen, aber erst im Nachhinein. Im Nachhinein. Okay, okay, okay. Weil da sind auch ein paar Gerüchte über euch gewesen von seiner Seite aus. Echt? Warum was? Die erzähle ich dir dann, wenn die Kamera aus ist. Auf jeden Fall, Bruder, uns wurde viel versprochen. Wirklich viel versprochen. Uns wurde versprochen. Features wurden uns versprochen. Auftritte wurden uns versprochen. Geile, Bruder, sehr wichtig. Geile Promotion für das Album wurde uns versprochen. Marketing wurde uns versprochen. Weißt du, was von den vier Sachen eingehalten wurde, Bruder? Gar nichts. Meine Promophase. Weißt du, wie meine Promophase für das Album war, Bruder? Nein, weiß nicht. Meine Facebook-Stories, Bruder. Habe ich nicht mehr mitbekommen. Siehst du, Bruder? Deine Promophase. Siehst du, Bruder? Weil es keine gab. Soll ich ehrlich zu sein? Gestern Abend habe ich nochmal geguckt. Ey, ach was, der hat ja sogar ein Album released. So mäßig. Siehst du, Bruder. Und gar nicht so richtig mitbekommen. Das war die Sache dort. Uns wurde halt viel versprochen. Aber Bruder, erzähl ruhig, was wurde in unsere Richtung. Bruder, in eure Richtung wurde ... Werden wir gerade hier Real Talk machen. Genau, genau. Ich habe halt den Ganji gesagt, dass ich gerne ein Interview mit euch führen wollen würde. Weil wir ein paar Jahre davor auch ein Interview geführt haben. Ich meinte, für die Promophase würde ich gerne mit TV-Straßensound ein Interview führen. Und er hat zu mir gesagt, dass ihr ihn abgesagt habt, Bruder. Stimmt nicht. Stimmt nicht, wa? Warum lügst du, Ganji? Warum lügst du, Bruder? Warum lügst du? Egal, Bruder. Ich werde sauer. Also, ich würde niemals ein Interview mit dir verneinen. 100, Bruder. 100 Prozent, glaube ich. Das kann ich jetzt auch rein Gewissens sagen. 100 Prozent. 100 Prozent, glaube ich. Es sind zwar alte Kamellen, aber ... Warum sollte ich ein High-Art-Interview absagen? Weißt du, was ich meine, Bruder? Wir haben ein, zwei Jahre davor gemacht. Und auch diese Verbindung mit ... Damals die alten Kollegen Habib, Bruder und so, war ja alles gegeben. Das Beste. Nee, Bruder, ich mache jetzt ernst. 100 Prozent. Wir sagen das gerade vor Kamera. Safe. Wenn ich lügen würde, würde ich ja was anderes sagen. 100 Prozent, Bruder. Ich muss gerade zwar überlegen, fünf, sechs Jahre davor, aber ... Gab es jemals einen Grund, Nein zu sagen? Deswegen. Das war auch nie meine Zweifel, Bruder, dass ihr Nein gesagt habt, weil ich ... In solchen Fällen, meine lieben Freunde. Ja. Schreibt uns einfach mal selber bei Instagram. Genau, genau. So zwei, drei Leute haben unser Instagram. Wir sehen das schon. Genau. Schreibt auf jeden Fall die uns an. Die sind top auf jeden Fall. Nee, Bruder, das war auf jeden Fall die Sache. Und ja, irgendwann habe ich gesagt, okay, der kümmert sich nicht mehr. Der hilft uns nicht weiter, Bruder, der macht uns noch schlechter so. Weißt du, Bruder? Der zieht uns noch mehr runter so. Ja, und der ausschlaggebende Punkt war da, das sage ich auch offen vor der Kamera, wir haben einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben bei Ganji. Im ersten Jahr war ein Debütalbum von mir geplant, im zweiten Jahr ein Debütalbum von Matondo und im dritten Jahr ein Kollabo-Album. Stand im Vertrag. Im ersten Jahr habe ich mein Album rausgebracht, released, mit Ach und Krach, Bruder. Also von seiner Seite aus. Und während ich mein Album geschrieben und released habe, hat natürlich der Matondo sich an seinem Album gesetzt, dass wenn ich released habe, dass er direkt so loslegen kann. Bruder, ich bin fertig mit meinem Album. Mein Album ist schon im Markt, Bruder. Auf einmal schreiben wir den Ganji an, yo, Bro, Matondo ist soweit. Er hat alle Songs fertig, alle Aufnahmen. Bruder, haut er mir raus. Ja, ich finde das keine gute Idee, dass Matondo jetzt ein Album macht. Da müssen wir noch viel an den Arbeiten und das alles. Lass uns das zweite Jahr auch noch ein Album von dir droppen. Bruder, und für einen Künstler ist es schlimm, Bruder. Weißt du? Ein Album ist für uns wie unser Kind. Bruder, das sind 17, 18 Songs. Weißt du? Und wenn du dir die Mühe machst, alles machst und dann ein Management, der nicht seine Versprechen einhält, dir absagt, Bruder, das ist Abtern. Das ist wirklich Abtern. Und dann hat Matondo gesagt, ich geh raus. Ich geh mit dir raus, Bruder. Ich geh mit dir raus. Und so sind wir raus aus dem Gehen. Wie alt bist du mittlerweile? 20 Jahre, Bruder. 20 Jahre. Wir haben vorhin viel über einen Anfangshype geredet, einen Kindheitshype. Würdest du sagen, dass du deinen Hype verpennt hast? Auf keinen Fall, Bruder. Verpennt auf keinen Fall, Bruder. Wie gesagt. Wird dir das oft vorgeworfen? Es wird oft vorgeworfen. Das habe ich auch in ein paar Kommentarspalten gelesen. Hayat, okay, er hat seinen Hype verpennt. Hype verpennt, genau. Bruder, das ist ganz normal, dass Leute so denken. Ich nehme dieses Kommentar auch gar nicht böse auf, weil in einem Fall haben die recht. Als Zuschauer haben die recht. Die denken, der Junge hat seinen Hype gehabt, hat verpennt und jetzt versucht er wieder. Aber Bruder, so war es nicht. Wir haben unseren Hype bekommen und unser Schicksal war einfach so krass. dass mit jungen Jahren schon alles schief lief, Bruder. Verträge waren nicht gut, Label-Anfragen kamen, aber die haben nichts eingehalten. Unsere Rechte wurden genommen, wir durften keine Musik mehr machen. Also verpennt haben wir diesen Hype auf jeden Fall nicht, Bruder. Der Hype wurde uns weggenommen. So kann ich sagen, Bruder. War es ein Fluch, dass man so früh bekannt wurde? Jetzt im Nachhinein würdest du sagen, ey, vielleicht, wenn das später passiert wäre, wäre es besser gewesen? Bruder, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Die kann ich dir so nicht beantworten, Bruder. Was denkst du? Bruder, ich denke, so wie es passiert ist, war alles richtig. Alles war richtig. Weil so habe ich die Möglichkeit bekommen, mit jungen Jahren schon damit umzugehen, wie es ist, wenn man Hype auf einmal bekommt. Weißt du? Mit jungen Jahren schon. Und das ist auch, glaube ich, das Problem bei den heutigen Paar Rappern natürlich, dass die auf einmal von heute auf morgen Hype bekommen und damit nicht klarkommen. Weißt du, was ich meine? Die bekommen auf einmal richtig viel Geld und kommen einfach damit nicht klar mit dem Ruhm. Und das ist, Bruder, zum Glück, Gott sei Dank, sehe ich das positiv, dass ich mit jungen Jahren diesen Hype durchlebt habe, Bruder, damit ich damit klar gekommen bin. Weißt du? Dein Name ist Hayat. Mittlerweile ist der Name auch bekannt geworden, beziehungsweise der Begriff. Die meisten Leute wissen, dass es Leben bedeutet, nachdem es natürlich solche Songs gab, wie mir geht es Hayat oder sogar dieses Wasser Hayat. Ich habe gerade schon mal dieses Wasser angesprochen, dieses Hayat-Wasser. Das ist keine Werbung, meine lieben Freunde, aber dazu gibt es auch eine witzige Story. Hau mal raus, auf ein Schlückchen hier. Auf ein Schlückchen. Ja, mit dem Hayat-Wasser damals, bei wem waren wir denn? Ich glaube, das war sogar noch mit Ganji. Wir wollten halt meinen Namen patentieren. Meinen Namen Hayat wollten wir patentieren. Und jemand hat es nicht zugelassen, Bruder. Und das war die Firma von der Wassermarke, von Hayat. Die haben es nicht zugelassen, Bruder, dass wir den Namen patentieren. Die wollten eine große Summe haben dafür. Weißt du, dass die dann deren Patent rausnehmen und wir dann unseren reinmachen. Ja, also stand uns Hayat-Wasser im Weg, auf jeden Fall. Ja, Mann, ja, Mann. Aber kann man nichts machen. Sei dir gegönnt, Bruder. Warum hast du dich überhaupt Hayat genannt? Leben. Ist ein schöner Name. Bruder, ich selber habe mich nicht Hayat genannt, Bruder. Damals gab es einen guten Bruder von uns. Ein älterer Bruder. Der hat halt zu mir gesagt, du bist noch so jung. Du rappst über deine Mama. Du rappst über deinen Vater. Du rappst über deine Familie. Über Kriege. Das, was du machst, einfach Hayat, ja. Wallah, das, was du machst, einfach Hayat. Helalosun, hat er gesagt. Nimm dich doch einfach Hayat, hat er gesagt. Bruder, und wo er diesen Namen gesagt hat, Bruder, das ist Gänsehaut. Mein ganzer Körper Gänsehaut. Da habe ich überlegt, ich meinte, er hat recht. Gab es noch nicht, Bruder, gab es noch nicht. Gab es noch nicht. Da habe ich mich einfach Hayat genannt, Bruder. Was wolltest du den Leuten mit deiner Musik mitgeben? Ich glaube, wenn dein älterer Abi ankommt und sagt, mein junger Freund, das, was du machst, ist Helal Olsson, Hayat. Bruder, ich wollte immer ein Vorbild sein. Immer ein Vorbild für... Ey, das sagen die wenigsten Rapper. Die meisten Rapper sagen, ich will kein Vorbild sein. Ja, ich wollte immer ein Vorbild sein für meine Jüngeren. Ich habe ja selber auch einen jüngeren Bruder. Und ich wollte auch immer ein Vorbild für ihn sein. Weißt du, ich wollte auch immer ein Vorbild für ihn sein. Auch für seinen Freundeskreis. So, für meine Jüngeren einfach, dass die sagen können, oh, guck mal. Unser Abi Hayat zum Beispiel macht gute Musik. Dass die meine Musik auch neben ihren Eltern hören können. Das war immer mein Ziel, Bruder. Ja. Genau. Wie gehst du da an deine Texte ran, wenn du sagst, dass sogar die Eltern das hören sollen? Bremst man sich da teilweise, benutzt keine, wie sagt man so schön, Schimpfworte, Kraftausdrücke? Bruder, ich sag dir ehrlich, bei mir ist es von meiner Situation, Bruder. Es hängt ab von meiner Situation. Wenn es mir heute schlecht geht, Bruder, dann suche ich mir einen Beat aus, der ein bisschen trauriger ist, deeper ist. Und schreibe meine Seele auf dem Blatt. Ja. Das ist meine Art dort. Weißt du? Ja. Das ist meine Art. Wenn ich heute sauer bin, ja zum Beispiel, wenn ich heute ein bisschen sauer bin, suche ich mir ein bisschen aggressiveren Beat. Und Rap auch ein bisschen aggressiver. Aber keine Schimpfworte. Genau, dafür sollte Musik da sein und ist sie auch. Musik ist ein Moodmaker, sagt man so schön. Ein Stimmungsmacher. Genau, Bruder. Wie entstehen deine Texte? Wo schreibst du diese? Du hast gerade schon gesagt, dass du deine innere Stimmung mit aufs Blatt kommen lässt. Beziehungsweise in dein Handy eintippst. Guck mal, was mein Bruder macht. Wo schreibe ich meine Texte, Tolga? Genau in dieser Ecke, Bruder. Ach du Scheiße, okay. Bruder, ich höre mir einen Beat an. Bei mir ist es, wenn ich in meinem Flavor bin, Bruder, ich höre meinen Beat an. Und dann, Bruder, Musik an, Welt aus. Ich schreibe meinen Text. Ich renne durch den ganzen Raum, Bruder. Mal stehe ich da für 10 Minuten, überlege mir was. Mal stehe ich hier. Nur damit ich nicht abgelenkt werde. Also immer nur im Studio? Nee. Oder auch mal unterwegs? Unterwegs auch, Bruder. Wenn mir ein paar Reimen einfangen. Ein paar Mellos. Mache ich kurze Aufnahmen. So weißt du, damit ich die Mellos nicht vergesse. Wie machst du mit den Mellos? Notiz oder WhatsApp irgendeinen Kollegen? Nerven? Ich sage dir ehrlich, Bruder, ich lasse den Beat abspielen. Gehe auf Snapchat, mache so ein kleines Video. Ja, ja. Und dann speichere ich halt die Mellos. Okay, okay. Genau. Und dann, wenn ich beim Schreiben bin, höre ich es mir an. Ja, Mann. Viele Leute machen das so. Die schicken ihren Kollegen so WhatsApp-Nachrichten. Ja, ja. Und nerven die die ganze Zeit. Ich glaube, bei meinen... Such dir einen aus. Ich glaube, bei meinen Jungs, die würden mich schon alle blockieren, Bruder. Alle würden mich schon blockieren, so. Ja, Mann. Okay. Ich habe gesehen, dass du zwei Songs auf Türkisch released hast. Ja. Die haben mittlerweile auch über eine Million Klicks auf YouTube etc. Mahale und Sokak. Sokak. Sokak, sorry. Genau. Wäre eine türkische Karriere für dich vielleicht sogar intelligenter? Weil zu zweit ist es ja wirklich so, dass viele Rapper auch aus Deutschland in Türkei plötzlich durchstarten. Wir haben vorhin so ein bisschen über... Wer war da? Mero natürlich. Ali471. Genau. Die Jungs aus Kreuzberg, Massaka. Genau. Es gibt bestimmt noch einige weitere. So, die sind Nummern in der Türkei. Safe, safe. Oder eine türkische Karriere zum Beispiel. Bruder, man weiß nie. Man weiß nie, Bruder. Gott ist groß. Und alles, was dein Nasib und alles, was geschrieben ist, kommt auf dich zu. Ohne, dass du es weißt. Zum Beispiel hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, Hayat, mach doch mal einen kompletten Song auf Türkisch. Würde ich dir sagen, nee. Ist nicht meine Art. Kann ich gar nicht, würde ich dir sogar sagen. Ehrlich gesagt. Ja. Und irgendwann habe ich mich überreden lassen. Wirklich überreden lassen. Von meinen Älteren auch zum Beispiel. Hier, Oktayaby zum Beispiel. Hat mir auch mal gesagt, ey, zeig doch mal deine Nationalität so. Zeig doch mal auch, dass du auch auf Türkisch rappen kannst. Und da habe ich mich hingesetzt, habe einen Beat ausgesucht, geschrieben. Hat zwar ein bisschen länger gedauert als ein deutscher Song so. Aber der ist stabil geworden. Aber der ist stabil. Die sind stabil geworden, die zwei Dinger so. Und sind auch sehr gut angekommen. Ich hätte niemals mit der Resonanz so gedacht. Ja. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ja, Bruder. Und dann habe ich das gemacht. Zwei Dinger. Und in Zukunft, so Gott will, kommen auch ein paar türkische Dinger. Bist du eigentlich hier in Berlin oder bist du in der Türkei geboren? Ich bin hier in Deutschland, Berlin. Berlin-Tempelhof. Ja, okay. Ist natürlich auch immer schwierig, wenn man sozusagen in einem anderen Land aufwächst und zweisprachig halt die Sprachen lernt. Dann ist es auch auf Reimform hinzubekommen. Das ist schwierig natürlich. Bruder, das ist die Sache. Ich habe mich wirklich gequält beim Schreiben. Mhm. Aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Irgendwie. Ja. Genau. Wann war ich zuletzt in der Türkei? Boah, gute Frage da. Wann war ich zuletzt in der Türkei? Wir sind jetzt 2021. Ich glaube 2018. Okay. Schon ein bisschen was her. Bist du in der Türkei bekannter geworden durch diese neuen Songs? Safe. Hören die Leute die Mucke? 100 Prozent. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vor allem, als du da, keine Ahnung, Ismir, Antalya, man kennt ja die ganzen Urlaubsorte, wo rumgelaufen bist. Erkennen dich da die Leute. Die Sache ist dort, ich habe ja die letzten zwei Dinge erst vor kurzem rausgehauen. Genau. So. Das heißt, ich war noch nicht in der Türkei, dass die Leute mich erkennen. Aber... Aber über Social Media bekommt man es mit. Das ist die Sache. Bruder, zum Beispiel wir gehen live. Zum Beispiel auf Instagram. An dieser Stelle könnt ihr mir gerne folgen, Hayat offiziell auf Instagram. Auf jeden Fall, Bruder, zum Beispiel wir gehen live. Da kommen zum Beispiel, also ich nehme Gäste rein. Bruder, sehe ich kommen aus der Türkei Gäste. Aus meiner Stadt zum Beispiel. Aus Antep kommt jemand. Aus Istanbul, aus Izmir. Bruder, und ich merke auch, meine Follower kommen aus der Türkei paar. Meine Kommentare, meine Likes, meine Sachen, wo ich gepostet werde, markiert werde, sehe ich aus der Türkei, die markieren mich, haben meine Songs. Und auf jeden Fall ist in der Türkei schon ein bisschen Reichweite, hat sich auf jeden Fall aufgebaut. Sehr. Ich hoffe natürlich ein bisschen rumspioniert in deinen Kommentaren. Und da waren viele türkische Kommentare. Safe, safe. Weil natürlich bei zwei türkischen Songs ist es auch gegeben. Ja, genau. Aber auch natürlich intelligent, wenn man sozusagen in seinem anderen Kreis rumfischen kann. Wie es auch viele deutsche Rapper machen. Ja. Und wo sich viele Kritiker halt fragen, ey, woher kommen die Klicks eigentlich? Ja. Das ist ein Riesenland, da liegen knapp 80 Millionen Menschen. Das ist die Sache. Das ist auch nochmal Deutschland. Genau. Das ist die Sache, Oza. Ja, Mann. Was für einen Rap hörst du zurzeit? Hörst du türkischen Rap? Auf jeden Fall. Wen hörst du da? Wen kannst du da empfehlen? Ja. 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 Merus auch guter machen. Ich habe gesehen, Voice of Türkei. Genau. Dieser Hack muss man ihm geben. Safe. Ja. Dieser Hack muss man ihm wirklich geben. Merus auch guter machen. Aber türkischen Rap, ehrlich gesagt, höre ich nicht so richtig. Ich höre eher türkische Musik. So zum Beispiel Ezel. Ezel ist auch guter. Hast du? Gehört bestimmt. Safe. Der hat auch viele Kombinationen mit deutschen Rappern gemacht. Safe, Safe. Rayman zum Beispiel. Ja, genau. Genau, genau. Ja, solche Sachen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass auch solche Kulturen verschmelzen und Hip-Hop dann sozusagen das Becken dafür ist. Natürlich, natürlich. Wie sehen die Türken aus der Türkei ihre Leute hier in Deutschland, die ganzen Rapper? Weil Deutschland ist, glaube ich, eins der Länder, wo die meisten Türken hingekommen sind. Und wie sehen die Leute halt in der Heimat, in Anführungszeichen, die Rapper hier? Oder die sehen uns als Gurbetschis. Wie nennt man, was sagt man zu Gurbetschis, Oktarbe? Einwanderer, oder? Einwanderer nennt man das, ja. Oder? Einwanderer. Ja, also die sehen uns halt. Ja, ich glaube, Alpagan hatte letztens einmal den Begriff benutzt. Ja, genau. Alper habe benutzt diesen Begriff sehr, sehr gerne. Genau. Als Gurbetschis sehen die uns, Bruder. Zum Beispiel, es gibt ein Sprichwort auf Türkisch und das ist auch wahr, Bruder. Hier sind wir für die deutschen Ausländer und drüben sind wir für die Türken Deutsche. Almanje. Almanje. Genau, Almanje sind wir. Oder das ist, wie soll ich das sagen, das sind halt zwei verschiedene Kulturen, Bruder. Entweder du lebst hier, weißt du, oder du lebst da. Genau. Da wir gerade schon den Namen Alperan angesprochen haben. In was für einer Verbindung stehst du zu ihm? Alperabi, seit Jahren schon, wir sind sehr, sehr eng, ist ein älterer Bruder von mir. Und er hat mir auch sehr, sehr viel geholfen in meiner Karriere. Ja, der hat mich auch aus vielen, wie soll ich sagen, aus vielen Sachen, die passieren würden, hat er mich davon abgehalten. Zum Beispiel Verträge oder hat mich Studios geklärt damals. Also Alperabi, ich kann seinen Hack niemals nehmen, kann glaube ich keiner in der Deutschrap-Szene. Ehrenmann, Ehrenmann. Dein aktuelles Label, heißt das alles Filme? Ist das richtig oder was ist das genau, dieses alles Filme-Ding? Bruder, alles Filme ist kein Label. Alles Filme ist, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Team, wir sind Brüder. Da gibt's zum Beispiel, da sind zum Beispiel sechs, sieben Leute. Einer davon ist zum Beispiel Rapper, aber auch ein mieser Kameramann, so weißt du. Dann gibt's zum Beispiel mich, ich mach auch Musik. Dann gibt's zum Beispiel Okterbe, ist ein älterer Abi von uns. Dann gibt's Tolga, Alpi. Wir sind halt alle eine Familie, Bruder. Wie soll ich dir sagen, wir sind eine Faust. Wir haben dasselbe Ziel und ja. Jeder einen Finger daraus wird eine Faust. Genau Bruder, jeder unterstützt halt, wo er kann so. Das Wort alles Filme ist halt nicht von uns, sondern der Gründer, also der Kopf der Bande ist halt mein Bruder Sod. Der macht auch sehr, sehr krasse Musik, das ist der Bruder hinter der Kamera. Der macht auch sehr, sehr krasse Musik, Bruder. Und das ist halt sein Name, alles Filme. Und in so einer kurzen Zeit haben wir jetzt halt so zusammengetan, dass wir eine Truppe geworden sind. Zum Beispiel die letzten zwei Dinger, Mahale und Sokak, hat auch komplett mein Bruder produziert. Alles Filme produziert. Gute Produktion. Genau, genau. Eine Produktion ist das. Genau Bruder. Über welches Label released du zurzeit? Bist du gesigned? Oder bist du gerade ohne ein Signing, macht jetzt alles free? Weil mittlerweile ist es ja so, dass man Onlinevertriebe frei wählen kann und darüber Sachen rausbringt. Genau. Wie läuft's zurzeit bei Hayat ab? Und bevor du das beantwortest, gab's in den letzten Monaten, Jahren ein neues Angebot für dich aus der Industrie? Aus der Industrie gab es, Bruder, gab es vielleicht mal ein, zwei Angebote. Aber die waren halt nichts, was uns, wie soll ich sagen, nichts, was uns helfen würde. Weißt du, nichts, was uns weiterhelfen würde. Wir haben, Bruder, ich muss ehrlich sagen, auch sowieso von der letzten Sache mit Ganji, haben wir sehr große Bauchschmerzen bei dem Thema Verträge und Labels und Deals wieder. Weißt du? Und deswegen vertrauen wir auch nicht mehr jedem so richtig. Obwohl man sagt, man sollte nicht alle in einem Topf stecken. Das stimmt. Aber man hat halt ein bisschen Bauchschmerzen, Bruder, von der letzten Sache. Ja, ich bin ungesigned, Bruder. Wir sind ungesigned. Wir machen alles auf eigene Kappe, Bruder. Jede Videoidee, jeder Song machen wir alles alleine, Bruder. Ja. Ohne Management. Stabil. Ja, Mann, Bruder. Was für eine Kappe hast du oft? Bruder, Gucci-Kappe. Ja, Mann. Da wären wir schon beim Thema. Jetzt werden Leute sagen, ja, der hat Gucci, jetzt trägt er Gucci, weil es im Trend ist. Bruder, ich habe Gucci mit 12 getragen. Ich habe Gucci mit 12, 13 getragen. Nur noch Gucci, Bratan, ich trage nur noch Gucci. An dieser Stelle. Da wären wir auch schon bei Capital Bra. Was für eine Connection stehst du zu ihm? Deswegen habe ich deine Käppi überhaupt angesprochen. Ah, okay, okay. Bruder, was guckt mich deine Käppi? Okay, okay. Kapi ist ein guter Bruder. Ich und Kapi kennen uns schon seit Jahren. Wir haben uns damals bei Rap am Mittwoch kennengelernt. Okay, geil. Bei One Mike aber. Okay. Bei One Mike haben wir uns kennengelernt. Ich war bei One Mike war ich und bei Rap am Mittwoch auch. Ah, okay. Wir hatten, Ben Salomo damals hieß er, hat mir damals geschrieben und wollte, dass ich unbedingt mal komme kurz. Ja. Ein 16er Rapper so, weil ich ja damals richtig im Hype war so. Und es war nicht erlaubt, Bruder, weil ich war keine 18. Ja, Mann. Weißt du, ich war keine 18. Mit deinem Vater vielleicht und dann vor 22 Uhr. So, weißt du, was ich meine? So, und dann hatte ich als Begleiter Matondo und musste vor 22 Uhr dann das Haus verlassen. Ja, bin ich hingegangen, hab ein 16er gerappt mit meinem Bruder Matondo. Bisschen Stimmung gemacht und dann wieder gegangen. Okay. Und die Connection zu Kapi hat brach? Bruder, die Connection zu Kapi. Heutzutage? Man hat sich aus den Augen verloren, sage ich mal. Weil bei ihm ging das auch sehr, sehr schnell mit dem Hype. Und ja, heutzutage besteht kein richtiger Kontakt mehr mit ihm. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns zum Beispiel auf der Straße sehen würden oder woanders mal sehen würden, dann würden wir uns, Bruder, wieder wie Tag 1 umarmen, reden, quatschen. Kapital ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter. Der hat mir einmal einen sehr großen Gefallen getan. Das werde ich niemals vergessen dort. Was war das? Mein kleiner Bruder war da, ist da glaube ich 13 oder 14 geworden. Der ist inzwischen 15. Also das war vor zwei Jahren. Ja. Vor zwei, drei Jahren. Ich habe ihn angerufen und da waren wir noch in Kontakt. Und das war seine Zeit mit Berlin Leib. Also da, wo sein Überhype. Ich habe ihn angerufen und ich meinte, Bro, kannst du vielleicht ein Grußvideo machen für meinen kleinen Bruder? Er meinte, Bruder, was für ein Grußvideo? Schick mir eine Adresse, ich komme vorbei so. Bruder, um 0 Uhr. Um 0 Uhr nachts, Bruder so. Ich habe ihn um 23.30 Uhr angerufen. Er war um 0 Uhr pünktlich vor meiner Haustür, Bruder. Und ist gekommen für meinen Bruder. Er hat ihm auch ein Geschenk mitgebracht. Geil. Bruder, das zeigt Größe auf jeden Fall. Das zeigt auf jeden Fall Größe und das werde ich ihm niemals vergessen. Hat dein Bruder auf jeden Fall einen schönen Geburtstag gehabt? Ein schönes Geschenk? Safe, safe, safe. Der hat sich über Trim gefreut. Ich habe mich auch gefreut, ihn wieder zu sehen. Grüße an Kapital auf jeden Fall, Bruder. Du bist im Herzen. Für immer. Der nächste Name, der mir geschickt wurde, war Flair. Was für eine Connection stehst du zu ihm? Gar keine Connection, Bruder. Okay. Mit Flair gar keine Connection, Bruder. Das Thema Flair, wir auch ein paar Leute mitbekommen haben, Bruder. Habe ich ihn in meinem letzten Instagram-Video erwähnt. Mhm. Die Sache mit Flair ist, dass das, was uns provoziert ist, Bruder, der nennt sich Tempelhofer. Weil, Bruder, guck mal. Ich erzähle dir mal so dort. Leute nennen sich Tempelhofer-Rapper. Kriegen auch großen Hype. Besser gesagt, sind gut im Hype. Die Sache ist die, Bruder. Wenn du dich Tempelhofer nennst. Ja? Wenn du dich Tempelhofer nennst. Warum kümmerst du dich denn nicht um die Jugendlichen aus Tempelhof? Es gibt so viele Talente hier dort. Ich schwöre dir, Bruder. Unnormal viele. Und kranke Rapper. Wen kannst du empfehlen? Sehr viele, Bruder. Sehr viele. Sehr viele. Zum Beispiel mein Bruder So zum Beispiel. Bruder, krass. Der Junge. Songwriting. Flow-technisch. Rhym-technisch. Bruder. 1A. Zum Beispiel. Oder ein paar Jüngeren von mir. Mino. Mino42 zum Beispiel. Das ist ein sehr guter Freund von meinem kleinen Bruder. Du siehst doch die Leute, dass die aus deiner Gegend kommen. Warum unterstützt die denn nicht bis hin? Bruder, einen Post. Teil die doch mal wenigstens. Du nennst dich doch Tempelhofer. Bruder, weißt du, was ich alles mache für meine Jugendlichen? So vieles, Bruder. Nur weil die es besser haben sollen als wir, Bruder. Im März. Probiert ihr mit eurer Jugendarbeit, also dieses Ding, was ihr mit Matondo geplant habt. Werden dann dort auch Künstler gefördert? Was habt ihr damit genau vor? Also was genau wir vorhaben ist, dass wir... Wie ist das Projekt nochmal? Alles für die Jugend, Bruder. Alles für die Jugend. Dass wir jeden Jugendlichen aufnehmen. Ja, jeden Jugendlichen von der Straße oder nicht von der Straße kann in unser Büro oder Jugendclub kommen und kann halt seine Zeit anders vertreiben, Bruder. Kann ein Billard spielen mit seinen Jungs. Kann Musik recorden. Er kriegt Rap-Workshops. Weißt du? Manche, die wollen Kamera, irgendwas, Video drehen lernen. Da haben wir auch ein paar Leute. Sodass die halt einfach weg von der Straße kommen, Bruder. Weg von der Straße. Weil in Berlin ist es sehr schwer, Bruder, jetzt normal aufzuwachsen, Bruder. Weißt du? Man wird schon mit jungen Jahren kriminell in Berlin. Nicht alle natürlich. Nicht alle. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, Bruder. Genau. Wir haben gerade viel über Jugendförderung geredet. Genau. Wie sind damals die Älteren mit dir umgegangen? Und hättest du dir mehr Hilfe von denen erwünscht? Das ist die Sache dort. Damals, also zu meiner Jugend, waren halt die Älteren so zu uns, dass es... Also, es hat an nichts gefehlt, Bruder. Wir hatten alles. Weißt du? Und wenn unsere Älteren uns gesehen haben, Bruder, die haben uns Taschengeld in die Tasche gesteckt. Weißt du? Die haben uns Essen geholt. Das macht ein Älterer, Bruder. Das macht ein Älterer. So, weißt du? Aber wenn irgendeiner dann kommt und sagt, ich bin hier aus der Gegend und rappt über die Gegend, aber nie in der Gegend ist überhaupt, der ist nie aktiv in der Gegend. Der chillt auch nicht mal hier. Der läuft auch nicht normal rum. Bruder, dann tu was für deine Jugendlichen. Tu was, zeig Größe und gut ist, Bruder. Aber nenn dich nicht Tempelhofer, wenn du dich einfach gar nicht für dieses Bezirk interessierst, Bruder. Du hast gerade gesagt, dass es schwierig ist, in Berlin ohne Kriminalität aufzuwachsen. Warst du in der Jugend bzw. Kindheit selber kriminell? Nein. Du bist 20, du bist so kurzzeitig, also du bist jetzt ganz frisch aus der Jugend sozusagen raus. Du bist so ein junger Mann. Du bist kein Teenager mehr. Bist du damit schon mal in Konflikt geraten, in irgendeiner Art und Weise? Ja, Konflikt bestimmt dauert. Man hat Jugend sünden, weißt du? Aber man war halt jetzt nicht so kriminell, dass man sagen kann, ich war kriminell und hab die Kilos weggedrückt. Weißt du? Wie heutzutage die jüngeren rappen. Oder man hatte seine Jugend sünden, aber man war halt zum Glück, Gott sei Dank, noch nie so kriminell, dass man sagen kann, ich war im Knast oder so. Weißt du? War ich zum Glück noch nie. Genau. Zum Glück auf jeden Fall. Genau. Gott sei Dank. Meistens treffe ich mich ja mit den Rappern, zwecks eines Album-Releases. Bei dir habe ich leider noch keine Postings dazu gesehen in den aktuellen Musikvideos. Was ist da bei dir gerade in der Mache? Bruder, ich sag dir ehrlich, wir haben die letzten Jahre nur Singles recorded und geschrieben. Das heißt, für dieses Jahr haben wir sehr, 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 sehr viel Vorsprung schon. Das heißt, die Songs stehen. Es gibt auch mehrere Alben, die schon fertig sind, sag ich mal jetzt. Drei Alben sind schon fertig, aber Näheres kommt noch, Bruder. Wir wollen erstmal ein bisschen mit Singles pushen, ein bisschen uns wieder aufbauen und dann kann man ein Album ankündigen, so Gott will nicht. Ja. Wie schaut bei dir zurzeit der Release-Plan aus? Wie macht ihr das mit den Singles jeden Monat ein? Habt ihr so einen Plan oder so von wegen, ey, wenn das Video geil ist, dann hauen wir raus? Ich sag dir so, wie es ist, ich habe für dieses Jahr in meinem Kopf auf meiner Liste jeden Monat ein Release. Jeden Monat ein Song. Und die Songs stehen ja schon. So. Die Sache ist, ich warte halt gerade nur auf eine Sache. Und wenn die Sache fertig ist, das wird im Februar inshallah rauskommen. Wenn dieses Projekt... Ein Song, ein Video meinst du? Ein Song, genau. Kann auch gerne verraten, mit Alpagan. Okay. Genau, mit Alparabi auf jeden Fall. Unser gemeinsamer Feature. Die Parts stehen schon, Bruder. Die Sache ist, wir sind nicht zufrieden mit dem Beat. Weißt du, man hat ein Beat gemacht. Dann mach noch nicht. Dann warte, bis der richtige Beat kommt. Jaja, genau, genau. Jetzt haben wir halt einen richtigen Beat-Produzent aus der Türkei. Der macht uns halt den passenden Beat. Genau. Für mich und Alpar. Ey, ich fand euren letzten Beat krass. Ja? Auf dem... Was war das letzte Musik? Sokak. Genau, das war nicht krass. Auch so dieses türkische... Genau, genau, genau. Heftig. Das ist aus Türkei ein Beat-Produzent. Jehennem Beat heißt er. Okay. Man hat gehört, das war nicht deutsch. Genau, genau, genau. Jehennem Beat heißt er. Salam alaikum, Abi. Berlin, salam olsun, Türkei. Das ist ein sehr, sehr krasser Beat-Produzent, Bruder. Jehennem Beat heißt er. Check ich auf jeden Fall ab. Also ich hab gemerkt, es ist ein bisschen... Es ist nicht der deutsche Sound. Aber es ballert. Wenn man das jetzt wirklich so laut irgendwo in einem... In einem Club oder in einem und beim Konzert hören würde, würde reinkneiden. Ballert auf jeden Fall. Ja. Also Album, da ist noch nichts in Planung, aber man guckt erst mal Singles. Genau, erst mal Singles. Also dieses Jahr kann ich auf jeden Fall den Leuten versprechen, dass wir sehr, sehr viel auf Lager haben und auch sehr, sehr viel, Inshallah, so Gott will, rauskommen wird. Auch krasse Songs dauert, Bruder. Wir haben uns in den letzten Jahren so weiterentwickelt. Ich hasse es selber, mich zu pushen, aber in dem Thema musikalisch muss ich mich selber pushen, weil ich mich einfach sehr weiterentwickelt habe. Das ist ja auch positiv, Bruder, weißt du? Ja. Aber das werdet ihr Inshallah auch dann bald hören. Ich kann dir mal, wenn die Kamera aussieht, ein paar Sachen zeigen später. Ja. Auch Spaß wurde ernst. Vorhin schon angesprochen, das war dein Debütalbum sozusagen. Welches Jahr war das nochmal, als es rauskam? Oder 2016, lass mich nicht lügen. Okay. Wie war die Resonanz darauf? Bruder... Wir haben vorhin schon über die ganzen vielen Sachen geredet, aber ich meine, so von deinen Fans. Sehr gut. Sehr, sehr krass. Weil ich hab da auch noch halt über Mama, Papa gerappt, über Liebe noch ein bisschen, weißt du? So, und war einfach krass die Resonanz. Ich glaub, wir waren bei Platz 24 oder so. Mhm. Ja, also am ersten Tag, wo das Album rauskommt, war sowieso komplett ausverkauft. Ohne Promophase, Platz 24, Bruder, war schon für mich eine, wie soll ich das sagen? Ein Erfolg auf jeden Fall. Ein Erfolg. Safe. Wer ist zurzeit deinem Produzent? Du hast gerade schon gesagt, dass du hier zum Beispiel einen Beat noch sucht bei einem Feature mit Alpagan. Genau. Hast du einen Hausproduzenten? Habe ich nicht, Bruder. Wir machen alles alleine. Ja. Das heißt, wir kriegen Beats zugeschickt und nehmen, recorden alles alleine auf. Mixen auch alleine. Mastern auch alleine. Manchmal, wenn man die Kraft nicht mehr zum Mixen und Mastern hat, schickt man das jemandem ab. Aber ansonsten machen wir wirklich alles alleine, Daud. Ja. Abgesehen vom Beat, Beats lassen wir machen. Aber auch die Beat-Ideen sogar machen wir alleine. Mhm. Also alles auf eigener Faust, Bruder. Okay. Meine Frage, bevor ich hier in den Raum reinkam, war, okay, möchte Hayat jetzt mit dem Türkischen weitermachen? Mhm. Hat er dieses deutsche Ding jetzt ein bisschen beiseite geschoben und probiert dadurch zu starten? Aber du meinst schon, so, Deutschrap ist das, wo du herkommst. Safe. Du lebst hier in Berlin, in Deutschland. Genau. Und das ist das Ding, was du weitermachen willst. Ich bleib Deutschrap auf jeden Fall treu. Mhm. Weil das ist ja damit, das ist ja das, womit wir angefangen haben. So, ich bleib Deutschrap auf jeden Fall treu. Aber ich musste halt, Bruder, für meine Community auch, für meine Nationalität musste ich auch ein paar türkische Songs machen. Mhm. Und werde ich auch in Zukunft inshallah machen. Aber mehr werde ich mich dieses Jahr auf Deutschrap konzentrieren. In welche Richtung geht es musikalisch bei dir? Was ist da in der Planung bei den nächsten Singles? Kannst du schon ein paar Sachen sagen? Bruder, wirklich. Außer jetzt das IPAR-Feature, so allgemein. Ich kann dir wirklich, Bruder, sagen, es gibt was, was in jeder Richtung dauert. In jeder Richtung gibt es was. In jeder Richtung. Sei es Straßenmucke, sei es Liebessongs, sei es, ähm, sei es türkische Songs. Bruder, da gibt es einfach wirklich sehr, sehr krasse Songs. Wirklich laut. Mhm. In jeder Richtung. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Hast du weitere Features in der Pipeline außer als mit Alpagan? Auf jeden Fall. Ich habe meinen Bruder Zot, Zot42, der wird auch dieses Jahr hoffentlich gut kommen. Äh, dann habe ich, äh, zwei Jungs. Cemmo und Seru nennen die sich. Mhm. Sagtest du dir was? Nein, nein, nein. Die sind mehr so auf, äh, türkisch-deutsch Rap. Auch sehr, sehr erfolgreich. Also die Jungs sind auch gerade am kommen. Die haben zum Beispiel am selben Tag wie ich auch released. Mit Enes zusammen. Enes kennst du aber. Der mit Moody immer macht. Ach so, ja. Genau. Mit denen zusammen haben die ein Dreier-Feature gemacht. Also mit Cemmo habe ich auch auf jeden Fall einen fetten Song gemacht. Und jetzt machen wir auch zu dritt einen Song. Cero, ich und Cemmo. Also mit denen wird auch auf jeden Fall was kommen. Und den Rest will ich nicht verraten. Okay. Wie findest du die Deutsch-Rap-Landschaft heutzutage? Wen feierst du? Was gibst du dir? Hm, was gebe ich mir? Deutsch-Rap. Bruder, Deutsch-Rap ist für mich AZ. AZ ist krass, Bruder. AZ ist krass, weil AZ kommt von der Straße und er erzählt auch das, was er lebt, Bruder. AZ ist für mich krass. Suna, Suna auch schöne Grüße an dich, Bruder. Er war auch mal sehr, sehr gut in Kontakt mit Suna. Er ist auch sehr, sehr gut am Kommen. Suna feier ich auch sehr, sehr krass. Ja, Bruder. Kapi sowieso. Kapi macht ja das, was er in den Kopf will, Bruder. Manchmal ist er lustig drauf, manchmal rappt er hart. Kapi ist auch sehr, sehr, sehr stark. Sehr. Ja, Bruder. Hattest du ein musikalisches Vorbild, als du angefangen hast? Ja, Bruder, weißt du wen? Wen? Mein Vater, Bruder. Er hat auch Musik gemacht? Mein Vater ist Musiklehrer, Bruder. Was für eine Musik hat er gemacht? Mein Vater ist Sänger, er kann singen, sehr, sehr schön sogar. Und er kann Sass spielen, türkische Gitarre, er kann Klavier spielen, er kann Geige spielen, er kann Flöte spielen, alles, Bruder. Also der ist musikalisch begabt. Ich küsse deine Füße, Baba. Könntest du dir vorstellen, einen Song mit deinem Vater zu machen? 100 Prozent. War das schon mal was? Bruder, kommt. Muss. Das wäre richtig krass. Auf jeden Fall, Daud. Kommt auch sehr, sehr. Auch zum Beispiel, wir haben uns jetzt mit meinem Vater öfter zusammengesetzt, Bruder, er macht jetzt auch ein paar... Was ist für ein Gefühl, erzähl mal. Bruder, das ist krass, Daud. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl, Bruder. Wirklich unbeschreiblich. Du sitzt mit deinem Vater im Studio, weißt du, du gibst ihm Tipps mit Rappen, du zeigst ihm, wie du rappst zum Beispiel. Er gibt dir Tipps mit Gitarre, wie er das einspielt. Er kennt sich auch viel aus mit Technik und Ton und Mixen, Mastern und Promotion. Der ist ja bei diesen Sachen sehr, sehr, sehr begabt auf jeden Fall. Das ist krass, Bruder. Das ist wirklich krass. Ja, Mann. Geht dein Vater auch über deine Musik rüber und gibt dir die Ratschläge? Zeigst du ihm die Musik oder denkst du dir, hey Baba, bitte hör am besten gar nicht? Die deutschen Songs, ehrlich gesagt, zeig ich ihnen gar nicht, weil der versteht nicht alles. Aber die letzten türkischen Dinge hat er auf jeden Fall kritisiert. Also der hat zu mir gesagt zum Beispiel, perfekt oder nicht so gut oder vielleicht diese Line war nicht so gut. Ja, also er spielt da auf jeden Fall auch mit. Eine Rolle auf jeden Fall. Boah, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Safe, safe. Der ist ein bisschen halt altmodig noch, weißt du? Na klar. Der bleibt noch ein bisschen altmodig und sagt zum Beispiel, ja, sag doch vielleicht nicht dieses Wort. Weißt du, was ich meine? Vielleicht sogar richtig so. Genau. Oder zeig doch vielleicht nicht. Guck doch vielleicht nicht so aggressiv in die Kamera. Lächel doch mal, weißt du? Ja. Aber das ist dein Vater, Bruder. Natürlich. Ich glaube, da hat er auch sogar recht. Ja. Was ist deine Inspiration heutzutage? Welche Musik hörst du? Du hast vorhin schon gesagt, dass du AZ liest. Aber gibst du auch Musik fernab von Rap, von Deutschrap? Von Deutschrap, Bruder, ehrlich gesagt nicht richtig. Ich höre ehrlich gesagt Türkisch, Bruder. Ich bin auf Damar, Bruder. Damar hieß Isyan, Bruder, Isyan. Mein Bruder Alpi weiß, er spielt mit mir. Wir sind auf Isyan, Bruder. Weißt du? Wir hören Ibrahim Tatl says. Wir hören Muslim Gürses. Azer Bilbil. Azer Bilbil. Orhan Ölme, sowas, Bruder. Die klassiker. Die türkischen Klassiker. Genau. Stabil. Was für Zukunftspläne hast du? Zukunftspläne, Bruder. Wo siehst du deine Musik in, sagen wir mal, fünf Jahren? Was hast du vor? Ist Musik so das, worauf du alle Karten setzt? Oder bist du irgendwie parallel gefahren? Wir haben vorhin gar nicht angesprochen. Lass uns die Frage auf jeden Fall zuvor nehmen. Was machst du eigentlich neben der Musik? Hast du deine Schule durchgezogen? Was machst du? Sehr gute Frage, Daud. Ich habe jetzt in den letzten, nee, in den letzten Monaten habe ich mir selber ein Versprechen gegeben, dass ich dieses Jahr alles auf die Musik setze. Also komplett all in. Wie kam es dazu? Wie es dazu kam, sage ich dir so Daud, ich werde ja nicht jünger, man wird ja älter, weißt du? Und ich habe mir gesagt, du hast es damals geschafft, du hast ein bisschen was gerissen damals. Und wenn ich die Songs von heute höre, was ich auf Lage habe, denke ich mir, man kann was noch, noch krasseres erreichen damit. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, gib dir ein Jahr Zeit. Zwölf Monate sind zwölf Monate. Setz alles auf eine Karte. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, dann ist es geschrieben, Bruder. Was hast du neben der Musik gemacht in den letzten Jahren? Neben der Musik, Bruder, war ich halt oft bei ein paar Sachen tätig, wie zum Beispiel, ich habe ein bisschen gejobbt, mal links, mal rechts. Klar. Genau, ich habe ein bisschen meinem Vater geholfen, der hatte ja einen Spätkauf. So, aber immer im Herzen war die Musik, Bruder. Immer, wirklich, wirklich. Also ich habe zum Beispiel noch nie länger als zwei Monate irgendwo gearbeitet, Bruder. Weil immer die Musik im Kopf war. Ich wollte immer Mucke machen, Bruder. Ich bin Musiker, Bruder. Du bist Musiker. Weißt du? Das kann man auch nicht einfach so wie ein Licht ausstellen. Genau, das ist es Daud. Das ist es. Ja, Mann. Hayat. Yes, Bro. Deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter. Was hast du den Leuten zu sagen? Haben wir irgendein Thema ausgelassen? Gibt es noch etwas, was wir den Leuten mitgeben sollen? Ich glaube, wir haben alle Themen durchgesprochen. Ich glaube, ich hoffe, alle euren Fragen sind beantwortet. Weil all die Jahre haben die Leute sich halt gefragt, wo war er? Was ist passiert mit dem Hype? Ich hoffe, alle eure Fragen sind beantwortet. Unser Stift wurde versucht wegzunehmen. Oder besser gesagt, unser Stift wurde versucht zu brechen. Aber geht nicht, Bruder. Wenn die Mine aus Stein ist, dann kannst du den Stift nicht brechen, Bruder. Oder wenn du ein Bleistift zerbrichst, dann hast du plötzlich zwei Stifte. Weißt du, dann hast du zwei Stifte, Bruder. Kannst doppelt schreiben. Kannst doppelt schreiben, Bruder. Auf jeden Fall, meine letzten Worte sind, ich bedanke mich bei allen meinen Supporter und Hörern, dass ihr all die Jahre uns unterstützt habt und immer noch unterstützen, Bruder. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn man all die Jahre ein bisschen pausig oder besser gesagt nicht auf der Bildfläche war, dass die Leute trotzdem, wenn du releasest, an deiner Seite sind und pushen. Deswegen, ich bedanke mich bei jedem einzelnen, Bruder. Bei wirklich jedem einzelnen. Danke für euren krassen Support. Hayat Army überall, ihr wisst Bescheid. Und alles Filme präsentiert. Und dieses Jahr, Bruder, wird, Inshallah, so Gott will, sehr große Sachen passieren. Inshallah. Bis in Andik, siz de in Andik. Schöne Grüße auch. Schöne Grüße auch nach der Türkei. Natürlich. Schöne Grüße in die Türkei, meine Freunde. In die Türkei, sorry. TV-Straßen-Sound, heute mit Hayat. Ich danke dir, Bruder. Danke schön. Mach's gut, bis bald, ne? Ich bin gespannt, was rauskommt. Safe, Bruder. Ciao, mach's gut. Bis bald. Schöne Grüße. Ich weiß, was ich nicht mehr so. Ich bin glaube ich, was ich nicht mehr so. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut besser.